hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die jahr machen ticket und heute habe ich das spiel science hat ja blablabla ja dieses spiel habe ich ich habe gerade schon heruntergeladen und ja ich habe es auch schon mal gespielt gehabt ich hoffe die haben meinen alten account das hat immer ewig gedauert ich glaube ich mache hier einen kleinen cut und wir sehen uns gleich wieder wir sind wieder da jawohl und tippen zum überspringen überspringen ja ich muss nur ein paar ja 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 Oh mein, schien-no-Sein-to-no-chi-SAN-DA-KUH! China-san... ...mou ii da... Hm... SAN-DA-KUH! Du trägst jetzt ein Gewand und setz mir deine Fähigkeit gegen China! Der KUH! Sie sind mir! Du... ...fass mich hier, roger mich! Eine... ...missung von Schlau und Schlau... ...die sich in Rechten und Schlau ... ...de Weltau zu Rettung. Ja. Ja, Mann. Vettig? Fortfahren. Geburtsdatum. 26.03.1981. Fertig. Fortfahren. Annehmen. 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 Oh, okay. Ich hoffe, dass ich jetzt meinen alten Stand wieder habe. Da. Da. Da ist er. Supi. Mein alter Stunt. So. Dann sind wir wieder hier bei meinem alten Stand. Wir probieren heute. Wunsch. Ich habe einen Wunsch. Wunsch. Kein Wunsch mehr? Du hast einen Brief? Ne. Doch nicht. Ähm. Wir probieren heute die Tagesquestes zu machen. Äh. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche hier gibt. Queste. Die Queste gibt es. Das sind keine Taskquestes. Das sind normale. Gruppe. Rangliste. Tägliche Rangliste. Monatlich. Ja. Auch gut. 14, 13, 13, 12. Um ein Level verbessern. Ich bin, auf der Zeit will ich auch gerne wissen. Ich bin einfach beim Lagen und meine ... Ich bin, die ich bin. Ich bin jetzt noch in meinem Leben. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. In meinem Leben. Als ich mit dieser Rangliste machen wird. Häuser? So, jetzt haben wir erstmal die Levels gemacht, dann schrauben wir mal kurz in mein Briefkasten rein, alles einfordern Ich hab schon sehr lange nicht mehr gespielt, das Spiel Kommt da keiner dazu? Ne, ist offen Ok Da oben leuchtet noch ein Punkt, hier leuchtet ein Punkt, ok Ach, da musste ich hier die Diamanten bezahlen, hab ich nichts Normal, 5 0 von 1 beschweren Und den? Muss ich mit Diamanten kaufen? Und den? Ok Nein, geht doch gar nicht Okay, ne Höchstraße Der Wassermann Delfin Delfin Pfeil Wo ist er wieder hin? Ich bin wieder Da ist der Wassermann Da ist der Fisch Da ist er wieder Nicht hier, wieder Wieder 1, 2, so klein sieht er aus Das ist echt Das sind ja nur 1, 2, 3, 4 Sterne Egal Da ist wieder was Oh, ich hab nen neuen Charakter Oh, ich hab nen neuen Charakter Das sieht so aus wie der hier Da rein gehen Hm Dann Levin wird den auf Soweit es geht Nur bis auf Levin 4 Egal Legen wir sofort mit der Quest hier raus Was Geht Drei 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 Automatik abzune ich, oder? Das war's für heute. Winden. Überspringen. Wir werden alle auslöschen. Alle. Überspringen. Schreiber schon wieder. Hey, ich kenne dich doch. Oh, das ist schön schnell jetzt. Die sind fünf. Warum bin ich das so früh? Oh Gott. Oh, ich fährt doch trotzdem. Du hast einen weiteren Aufstellungsplatz freigeschaltet. Wenn schnell ein Helden aus Omincuk ist, ist ein fürchter Aufstellungsplatz freigescher. Ich habe auch. Jetzt habe ich den fünften. Das da. Okay. Okay. Hm. Speichern. Wie Level 18 kriege ich den sechsten frei? Okay. Nice, nice. Dann müssen wir erstmal ein paar Levels wieder hier machen. Okay. Bis Level 13. Jetzt. Was ist das hier? Neulingsspende. Einfordern. Ah, hier ist bestimmt auch die tägliche Quest dabei. Story, Anmeldung. Region, PvP, Training, Prüfung. Und der Sinn. Der siebte Sinn. Was ist hier? Gold. Einfordern. Was ist hier? Gold. Einfordern. 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 Das wäre jetzt ein kleines Kopfgeld, was ich gedrückt hatte. Das sieht sehr leicht aus. Das ist aber doch ganz schön schwer. Genau. Oh. Was war das gerade? Dann aber das hier noch. Einfordern. Das habe ich nicht. GT, Arcade, ich weiß nicht was das ist. Google kenne ich, habe ich nicht. Oh, okay. Er reicht Team-Level. Gut, gut, gut. Hier nochmal rein. Warum ist da der rote Punkt? Eingefordert. Das geht erst ab morgen. Ach ja. Ich werde jetzt einfach hier, mich weiter probieren durchzuschlagen. Schüsse zum freischalten. Story-Kampagne 3 ab. Also Story-Kampagne ist dann die hier. Dann werden wir uns jetzt mal die Story-Kampagne 3 durchspielen. Durchspielen? Ja. 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 Aber bei meinen Charakteren steht 1, 2, 3, 4, 5 und 3, 6, 7 mit den Zahlen, das verstehe ich noch nicht so richtig. Wofür sind die Zahlen da? Sie sind noch so viele Menschen, oder? Das ist Jameel Kogen. Das ist der Möbel Kogen. So you can't kill me? der schluss mit stein und sie und Tore die die 2 T so und 2 Schundungen Schilder Oh, ich kann es nicht mehr aufgehen. Ich kann es nicht mehr aufgehen. Zwei Tage später. Sie hat jede Menge Belohnungen für dich. Für das Abschließen bestimmt... Es ist sie bald gestorben. ... Okay, dann schauen wir mal. Wer will kämpfen? Kein Problem. Oh, Level 10. Jetzt wieder erkämpfen. Doch nicht. Die Fieber. Eigentlich, dass wir nach den ganzen Köpfen... ... 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 Oh, mein Unicorn ist gefesselt. Die haben mein Unicorn getortet. Wow. Nur einer gestorben. Das ist doch schon mal sehr gut. Und das war mein Einhorn. Wo ist denn der? Der hier. Umrisse, von wem ist das? Keine Ahnung. Kiki? Mu? Usaria? Ja. Täglich? Die täglichen Freischaltungen umfassen eine große, einforderbare Belohnung. Hi, da warten ein paar Belohnungen darauf, von dir eingefordert zu werden. Da, ich habe die täglichen Queste freigespielt. Jetzt können wir anfangen. Okay, dann machen wir gleich mit denen hier. Ruinenforschung, Forscher. Los. Jetzt geht das ganz schnell. Passt auf. Mal kämpfen. Mal kämpfen. Go. Zack. Und das war's. Nummer 1. Schließen. Du hast alle Voraussetzungen für einen perfekten Abschluss erfüllt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe alles perfekt gemacht. Ich will tägliche Queste. Nein. Ach Mensch. Die drücken wir da drauf. Geht da doch gar nicht. Aber das geht auch klar. Geist der Solidarität. 0 von 5. Also ich brauche 5 Geister Solidarität. Ah, okay. Ich brauche Freunde dafür. Ich habe keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Noch was freigeschränkt. Ab sofort sind Legionen verfügbar. Sobald diese Legionen kann ich beispielsweise empfehlen. Sobald du dich für eine Legion entschieden hast, kannst du auf Bewerben tippen, um ihr beizutreten. Dann gibt es hier auch eine deutsche Legion. Dann gibt es hier auch eine deutsche Legion. Erstellen. Okay. Ich mache eine deutsche Reihe. Der Titel ist ... ähm ... ... ... se, ... ... ... ... ... Passt nicht rein. Boah, ist das da unten klein geschrieben. Beitagsklären würde genau passen. Begreifste! Indonesien. Ach, scheiße, ich wollte noch was dazu schreiben, ich will erst lüften. Deutsch, aber so. 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 Wo ist denn hier noch ein Sonderzeichen? Da sieht man bestimmt das Leerzeichen. So. 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 Baddachs klären. Alles heimfordern. Unterstützend. Okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit die Tagesquiste. Okay. Okay. Nein. Ich brauch nichts kaufen. So, dann geht es jetzt weiter mit täglich. Was ist das jetzt hier? Schon wieder da. Los kommt und hau den weg da. Das kann noch nichts. Okay. Das war's. Super, super, super. Das war's. Ah, ich sollte nur die Kisten leer machen. Dann gehen wir hier wieder rein, täglich. Geister zur Digitalität, geht nicht, ich habe keine Freunde. Täglicher Glücksfall. Ok, abgeschlossen. Jugendliche Kraft. Ok, abgeschlossen. Brüllender Geist. Warte mal, nochmal zurück. Das und das noch einmal. Brüllender Geist, jetzt. Entsenden. Schnell senden, entsenden. Acht Stunden. Acht Stunden. Ok. Jetzt nur noch. Geist der Solidarität. Wie kriege ich das jetzt da hin? Aktuelle Freunde, Freunde. Soll ich mal her, so ein Schenken-Gleis hat ich es von sich. Ok. Aber wie komme ich an Freunde? Freunde hinzufügen. Gut, wir müssen Freunde suchen. So, es werden alle meine Freunde. Und hier hinzufügen. Und hier hinzufügen. Und noch mehr. Oh. 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 erst mal Freundesliste voll machen oh man kann sich später noch sein Sprenzeichen aussuchen das ist schön hab ich das nicht schon? ich weiß es gar nicht hat man doch bestimmt schon wo man sein Geburtsziel eingegeben hat einer schon mal angenommen net 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 einen habe ich schon ein Herz da ein Herz hippie wo geht er hin? ey was machst du gerade? ich habe doch gar nicht gedrückt dass ich kämpfen möchte ach ich habe gleich gegen eine Frau eine Partie gemacht ja da ist die Frau die Frau hat die Frau hat das ist komm 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 Oh, die hat schon 6, ich habe nur 5. Geht lieber auch Level 30 oder 33 und ich bin Level 10, Level 11, wo kam mit den schreibenden Geht noch. Loose. Okay. Ich habe ein bisschen verloren, vielleicht gebe ich das nächste Mal. Aber ich brauche noch mehr Freundschaften, also eine habe ich schonmal. Okay. 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 Ah, hmm. Ich hoffe, gleich kommt da jemand, der mit mir befreundet sein möchte. Ich brauche doch noch drei Freunde. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich mache so lange noch einmal die Hauptquest hier. Geschichte, okay überspringen, zack zack zack. Bitte wähle deinen Charakter aus, den du kontrollieren möchtest. Saija, Schwung, Schwung. Ne, warte, hinsichtlich. Schwierig, stand da. Wir nehmen jede Herausforderung an. Deswegen nehmen wir schwierig. Gute, okay? Hm, ich werde. Okay. Einer weg von denen, zwei weg von denen, drei weg von denen, vier weg und der fünfte weg laden, laden, laden überspringen überspringen nur noch drei da hab grad nicht aufgepasst, was war mit denen passiert war das schon drei gewesen Einer weg von denen, der zweite weg und der dritte weg war mit schweig doch haben wir den schon mal gehabt go 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 zwei weg von denen, jawohl, der dritte vierte und bam der letzte alle weg gerotzt ba 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 überspringen 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 das wird jetzt spannend die zweite Runde weg also das wird auch ganz locker und der nächste weg schweig der schweig und der gehilfe zum schweig 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 erspringen die schweig verspringen die schweig schweig habe und führe eine erweckung durch ich beschleunige das nur noch ein paar materialien dann können gehen wir in den dimensionsraum dort jedes mal wenn du die dimensionsrauminstanz abschließt erhältst du materialien für die Sitz der Sinnerweckung naja gut dann machen wir noch mal den hier kalt, der nächste boss der ist aber klein wird mein Unicorn eingefroren ja pegasus pegasus Nice, nice, nice. Level 13. So, we're going to go up there. We're going to go up there. Levez 18 Ok, nochmal Levez 18 Level 18 Komm ich bis auf Level 20 Level 20 Maximal Level Maximal Level Einer fehlt noch Schade So Dann schauen wir jetzt mal nach Ob ich jetzt Heilige Arena Die heiligen PvP Arena steht jetzt Ok dann machen wir jetzt schon mal eine Runde PvP Ich kann es gar nicht erwarten dich im Gefecht zu sehen Ich auch nicht Starten wir die Herausforderung Anfangen Anfangen Das sind auch 6 wieder Unmensch 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 Ich glaube Bislang siehts bei mir besser aus wie bei denen Aber da muss doch schon viel weiter sein wie ich Ich glaube bislang siehts bei mir auch besser aus wie bei denen Aber da muss doch schon viel weiter sein wie ich einer weg zwei weg drei weg vier und fünf das waren alle und dann mein rang ist 3725 für pvp siege erhalten dies ist der ehrenshop hier kannst du ehre gegen du kannst münzen aus der pvp arena gegen goldball fair eintauschen wo steht immer die kampfkraft rang punkt also das sind die ganz starken 3600 und er ist 3700 nicht ich kann noch viel versuch machen dann würde ich sagen ich probiere einfach den hier mal aus und fangen und fangen die person hat auch nur fünf ne das werde ich verlieren schluss ich glaube auch wie die lehmsleiste bei denen ist irgendwie ist so siehst du richtig die striche die dazwischen bei denen schluss 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 r r brüchner brüchner gepflegt wird wo wir 3 Versuche noch. Aber woran erkenne ich wie stark die sind? Die sind Level 13. Also die müssen ja in meinem Levelbereich sein. Dann probieren wir mal. Der hat aber auch schon 6 Stück. Aber Level 18. Ich war gerade noch Level 13. Ich verstehe das. Ich glaube das werde ich gewinnen. Wenn ich mir die Lebensleistung von den Leuten hier anschaue. Und meine. Da muss ich ja fast doppelt so viel an wie die. Der erste ist schon weg von dir. Der zweite weg. Der zweite weg. Ich schaue jetzt mal nur nach Level. Das war's für heute. so hat wieder blöd na ja sowieso nicht der nächste Weg und der nächste Weg und 13, 13, 18, 19 so der letzte Versuch vom Vierkämpfen habe ich bislang 3 gewonnen, einen verloren und jetzt kommt der nächste Anfang ach das soll ich auch mein Leben ist noch fast überall voll und bei denen ist fast alles schon leer der erste Weg der zweite Weg der dritte Weg der vierte Weg nein der schon wieder also 3 tot und naja tot sind sie ja nicht haben wohl den Kampf verloren der dritte, der vierte und der letzte kommt jetzt Pegasus ich bin begeistert habe ich jetzt meine Freunde zusammen ja das ist was dazu gekommen ach ich habe meine Freunde zusammen ich habe meine Freunde zusammen jawohl ja hallo hallo senden ach sind alle offline nicht ganz die beiden sind online ok aber ich habe meine Freunde so und der sagt jetzt noch den hier ok ach so das ist das mit Teil macht Spaß brauche ich nicht mehr gut das war meine Tagesqueste ich hoffe euch hat es gefallen ich werde jetzt schnell mein Ticket abholen Facebook schließen einmal auf beenden ja beenden genau und danke fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen ciao ciao